Ich zeige euch, wie man eine Wasserflasche ausdrinkt. Da ist euer Wunschbar. Da dran folgt. Immer wieder kurze Pausen machen, sonst müsst ihr ziemlich rasch auf die Toilette gehen. Also müssen wir schnell in das Wasserflasch sein. Da ist es jetzt, dass wir hier in die Toilette gehen. Ich lege euch an. Ich lege euch an. Ich lege euch an. Aber ich lege euch an. 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 Das ist schon. Genau, noch eine kleine Info, mindestens zwei Liter Wasser braucht. Das war's dann, bis zum nächsten Mal.